Liebes Publikum von der Wahl, heute sind wir bei Andrew Young im Metropol. Lieber Andrew, du warst jetzt drei Monate lang in Südafrika unterwegs. Ja, ich war auf Tournee für drei Monate. Es war sehr schön, sehr warm. Aber es war ja anstrengend. Ja, es war ein bisschen anstrengend, aber es war sehr erfolgreich. Und es war sehr schön, nach Covid so viele Shows zu spielen. Ich habe 27 Konzerte dort gespielt und die Leute haben richtig reagiert. Die waren gut drauf, die sind alle rausgekommen. Es war so wie heute Abend, es war ziemlich voll. Und ja, es war sehr schön. Es war sehr schön zu sehen, weil ich habe gedacht, vielleicht es wird schwer, wieder etwas aufzubauen nach Covid. Aber es hat doch geklappt. Ja, und hier im Metropol hat man heute auch gesehen. Es war ja doch brechend voll, das Metropol. Die Leute sind irrsinnig gut mitgegangen mit eurer Musik. Und 70er Jahre? Ja, genau. Ich denke, diese Musik war so vielfältig. Schwarze Musik war gut, die weiße Musik war gut. Und ich bin aufgewachsen mit so Earth, Wind & Fire, George Benson, Chic, Charlemagne, diese ganzen schwarzen Gruppen. Und wir haben einfach diese Soul-Musik heute Abend gespielt. Und es kommt einfach gut an bei den Leuten. Ja, das hat man gemerkt. Also ich bin ja auch mit der Musik aufgewachsen seiner Zeit. Ja. Irrsinnig gut Musik. Aber was anderes? Du hast doch eine neue CD am Markt gebracht. Ich habe eine neue CD. Ja, es heißt Paradise Road. Habe ich in Südafrika aufgenommen. Ja. Und mir gefällt das so richtig. Da sind einige richtig gute Lieder drauf. Und im Fall heißt September. Und Paradise Road ist auch ein schönes südafrikanisches Lied. Und ja, es gefällt mir richtig gut. Und jetzt in naher Zukunft, wo geht es weiter? Wieder nach Südafrika in zwei Wochen. Ich habe noch drei Shows dort zu spielen. Und dann komme ich zurück und dann geht es ab nach Deutschland. Sehr gut. Und dann spielen wir auch in Graz. Musik von meiner Heimat, von Liverpool, Musik von den Beatles spielen wir in Graz. Und ja, das ist eigentlich das erste Mal, dass ich dort spiele. Und mit Grazer Musik. Auch was Neues. Und ich freue mich. Und hoffentlich im Herbst dann vielleicht bei uns einer im Jochal. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, ja. Ich habe was gehört, dass es vielleicht wird organisiert. Ja. Ich würde mich sehr freuen. Wie uns auch. Lieber Andrew, ich sage dir ganz herzlichsten Dank und jetzt ab an die Bar. Ja, genau. Dankeschön. Danke.